Gerechtigkeit und Liebe oder Knast nach Intrige, heißt es bald im großen Jubiläum der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Am Montag, 15. April zeigt die RTL-Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, um 19.40 Uhr ihre 8.000. Folge. Der Jubiläumsabend zeigt den Showdown mit mit Katrin, Ulrike Frank, Tobias, Jan Kittmann, Alicia, Josefeng Bressel und Carlos, Patrick Fernandes, im Gericht. Dann heißt es, Gerechtigkeit und Liebe oder Knast nach Intrige? Meine Rolle Katrin verfolgt gemeinsam mit Tobias weiter ihre Revanche gegen Carlos und hofft, dass mit der Gerichtsverhandlung endlich ein Schlusspunkt gesetzt wird. Sagt Ulrike Frank, denn damit würde sich auch die Situation mit Tobias beruhigen, der langsam Gewissensbisse bekommt. Es spitzt sich alles zu und wird zu einer Frage der Loyalität. GZSZ Tobias in Katrins Schatten Tatsächlich wird Tobias, der zumeist in Katrins Schatten steht, die Schlüsselrolle in der Jubiläumsfolge spielen. Denn immer wieder wurde zuletzt deutlich, wie sehr ihn seine Skrupel plagen, umso mehr, da seine geliebte Nichte sein falsches Spiel durchschaut hat. Wie wir zuletzt in der Serie sehen konnten, hat Alicia ihn sogar wegen Falschaussage und Unterschlagung von Beweisen bei der Polizei angezeigt. Mit einem Brief, dem Carlos ihr aus dem Gefängnis schrieb, versucht sie trotzdem noch einmal an seine Menschlichkeit zu appellieren. Was ich verraten kann, ist, dass sich alles um den Prozess dreht, und ob Carlos verurteilt wird oder nicht, sagt Schauspieler Jan Kittmann. Tobias muss vor Gericht, vor den Augen seiner Freunde und unter Eid seine Falschaussage gegen Carlos wiederholen. Ob er das schafft, wissen nur diejenigen, die am 15. April zuschauen. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Montag, 15. April um 19.40 Uhr, im Free-TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. GZSZ knickt Tobias ein, der Prozesstag steht an. Nicht nur Carlos hat jegliche Hoffnung auf Freiheit aufgegeben, auch Alicia verzweifelt langsam daran, dass sie nichts mehr für ihn tun kann. Während Paul, Niklas Osterloh, versucht, für Alicia da zu sein, kann Michi, Lars Pape, immer noch nicht fassen, dass Katrin und Tobias wirklich eine Falschaussage machen wollen. Tatsächlich zieht Katrin ihren Plan vor Gericht eiskalt durch. Dann wird Tobias in den Zeugenstand gerufen. Nimmt der Fall eine unerwartete Wendung? Nimmt der Fall eine unerwartete Wendung? Nimmt der Fall eine unerwartete Wendung?